Der Strom ist abgestattet und es funktionieren wohl die Chips nicht mehr und ich komm nicht rein. Open the door! Open the door! Aufmachen bitte! Hey, ich brauche meine Klamotten, mein Atelier ist drin. Bitte, öffnen Sie die Türe! Ich fordere Sie auf, die Tür aufzumachen! Alam alaikum Ramadan! Nein, öffnen Sie die Türe! Sie rufen die Polizei! Aufmachen! Sie machen die Tür auf, sofort! Sie machen sofort die Tür auf! Ich muss meine Klamotten holen! Machen Sie die Tür auf, bitte, machen Sie die Tür auf! Machen Sie die Tür auf! Ich habe jetzt keinen Zugang zu meinem Atelier. Ich werde sie hier hängen gelassen! Können Sie es nicht öffnen, dass ich meine Tür nicht öffnen? in der Tür. Ich habe keine Klauen mit mir. Ich habe keine Klauen mit mir. Ich habe keine Klauen mit mir. Mein ganz wichtiges Klauen ist inside. Das ist nicht gut. Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Schlüssel? Sie haben darauf gewartet, dass ich rausgehe, um hier abzuschließen. Das ist total unhuman.